Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass ihr euch für einen bildungsgerechten Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule interessiert. In diesem Video informieren wir euch über das Projekt Vivo – Zukunftschancen für Kinder am Übergang in die Sekundarstufe 1 und stellen euch den Vivo-Baukasten vor. Vivo haben wir ins Leben gerufen, weil der Übergang von der vierten in die fünfte Klasse ein wichtiger, aber für manche Kinder kein leichter Schritt ist. Gerade Kinder aus Familien, in denen die Eltern dabei keine oder wenig Unterstützung leisten können, tun sich damit schwer. Begleiten Lehrkräfte ihre Klassen beim Übertritt gut, profitieren diese Schülerinnen und Schüler besonders. Vivo bietet für diese Übergangsbegleitung passende Unterrichtsmaterialien. Hinter Vivo steht die gemeinnützige Stiftung der deutschen Wirtschaft. Wir sind eine Gemeinschaftsinitiative für Bildung und führen aktuell 16 Stipendien und Förderprogramme für Schülerinnen und Schüler, Studierende und junge Berufstätige durch. Unser Akteurinnen und Akteuren im Bildungssystem an. Wollt ihr mehr über uns wissen? Dann schaut auf unserer Website www.sdw.org vorbei oder folgt uns bei Social Media. Vivo haben wir neun Jahre als Schulprogramm umgesetzt. Dabei waren 21 grund- und weiterführende Schulen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und NRW eng eingebunden. Und wir haben auch mit den jeweiligen Bildungsministerien und Schulverwaltungen zusammengearbeitet. Die beteiligten Lehrkräfte haben die Vivo-Unterrichtsmaterialien intensiv erprobt. Das jeweilige Feedback haben wir eingearbeitet. Seit Ende 2022 ist der Vivo-Baukasten kostenlos auf der STW-Website abrufbar. Wir wünschen uns, dass so viele Lehrkräfte wie möglich davon erfahren und die Materialien nutzen. Jetzt haben wir viel darüber geredet. Nun aber mal Buddha bei die Fische. Was genau steckt denn drin im Baukasten? Hier ist der Überblick. Wir fangen ganz links an beim Material für die Grundschule. Darin enthalten sind 34 Unterrichtsbausteine, sechs digitale Board-Stories, ein Konzept für ein Eltern-Kind-Café zur Schulwahl und ein Ablaufplan für einen Vivo-Projekttag. Jetzt gehen wir ganz nach rechts, zum Material für die weiterführende Schule. Hier findet ihr 19 Unterrichtsbausteine, vier digitale Board-Stories sowie einen Ablaufplan und Materialien für die Fortbildung von Patinnen und Paten. Der Vollständigkeit halber werfen wir auch einen Blick auf die mittlere Säule. Hier geht es um die Gestaltung des Übergangs. Wir haben einen Workshop Übergang für Lehrkräfte an Grundschulen und weiterführenden Schulen entwickelt sowie Praxistipps für eine bildungsgerechte Unterrichts- und Schulgestaltung erstellt. Unser Maskottchen für die Grundschulmaterialien ist Vivo, die Ameise. Wir finden, Ameisen passen hervorragend, weil sie stark, fleißig, einfallsreich und super Teamplayer sind. Die 34 Vivo-Unterrichtsbausteine für die vierte Klasse dauern je 45 Minuten und können somit wöchentlich über ein ganzes Schuljahr eingesetzt werden. Sie verteilen sich auf die sechs folgenden Themenblöcke. Hallo Vivo, das Programm Kennenlernen. Hier werden Vivo und die Ameisenwelt vorgestellt. Der nächste Schritt, die Schulwahl gemeinsam vorbereiten. Erwartungen an die neue Schule werden besprochen und wenn es zeitlich machbar ist, lädt die Schule, die Eltern und Kinder an einem Nachmittag ein, gemeinsam über das Thema Schulwahl zu sprechen. Mein heldenhaftes Ich. Eigene Stärken entdecken. Ich kann das. Lern- und Arbeitstechniken üben. Und was machst du? Berufe kennenlernen, um über die Beschäftigung mit Berufswünschen die Lernmotivation zu stärken. Bald geht's los. Den Übergang vorbereiten. Für mögliche Herausforderungen an der neuen Schule werden vorab Lösungen erarbeitet. Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, deine Klasse gut auf den Übergang auf die weiterführende Schule vorzubereiten. Oft lassen sich die Einheiten mit Lehrplaninhalten verschiedener Fächer verbinden. Je nach Kapazität kannst du Vivo-Stunden regelmäßig durchführen oder einzelne Themenblöcke oder Einheiten einsetzen. Hauptsache, du nimmst das Thema überhaupt in den Blick. Genauso wichtig wie die Vorbereitung auf den Übergang ist die Gestaltung der Ankommensphase an der weiterführenden Schule. Damit sich Schülerinnen und Schüler gut und zügig an der neuen Schule einleben, ist es wichtig, dass du als Lehrkraft in einer fünften Klasse diesen Prozess bewusst unterstützt. Genau dafür haben wir 19 Unterrichtsbausteine in vier Themenblöcken entwickelt. Die neue Lernumwelt entdecken. Hier wird die Identifikation mit der neuen Schule geweckt. Ich und wir einander kennenlernen. Coping-Strategien entwickeln. Für mögliche, schwierige Situationen. Die Lernmotivation stärken. Lernstrategien und Techniken werden eingeübt. Bei diesen Unterrichtsbausteinen variiert die Dauer. Der Baustein kann individuell im Unterricht, in Klassleiterstunden oder in Vertretungsstunden eingesetzt werden. Das Vivo-Material ist detailliert aufbereitet. Wie genau, wollen wir dir jetzt zeigen. Hier siehst du beispielhaft, wie die Vivo-Bausteine grafisch gestaltet und wie sie aufgebaut sind. Fangen wir beim Materialblatt links oben an. Die gelbe Sonne steht über der kleineren Schule. Das heißt, es handelt sich um das Grundschulmaterial. Und zwar um Einheit 10 mit dem Titel Vorstellung und Planung Heldenmarkt. Der blauen Wolke am rechten Seitenrand kannst du entnehmen, welche Kompetenzen der jeweilige Baustein fördert. Ein Einleitungstext erläutert, um was es in dem Baustein geht. Die Tabelle weiter unten gibt dir einen Überblick zu Aufbau und Zeitplan. Alle Bausteine enthalten genaue Angaben zum benötigten Material, zur Vorbereitung und zur Durchführung. Bei vielen der Materialien sind außerdem Vorschläge zur Binnendifferenzierung und praktische Tipps enthalten. Wenn es an deiner Grundschule nicht möglich ist, die Vivo-Bausteine regelmäßig einzusetzen, so ist dein Projekttag eine gute Alternative. In unserem Beispielablaufplan stehen dabei die Themen Helden, Stärken stärken und Präsentieren, Üben im Fokus. Als digitales Zusatzmaterial gibt es kurze animierte Filme, sogenannte Board Stories. Diese lassen sich gut zum Anfang oder zum Abschluss eines Themenblocks verwenden. Gleichzeitig können die Filme zur Leseförderung eingesetzt werden. Die sechs Board Stories für die vierte Klasse spielen in der Ameisenwelt, wo Tini und Benni die Höhen und Tiefen vor dem Übertritt in die weiterführende Schule erleben. Bei den vier Board Stories für die fünfte Klasse dreht sich alles um das Ankommen an der Sternenschule. Die Charaktere und die Geschichten aus der Sternenwelt haben wir zusammen mit einer sechsten Klasse entwickelt. Die Kinderstiftung Lesen bildet hat dabei unterstützt. Wenn du an deiner Schule ein Smartboard zur Verfügung hast, kannst du auch das interaktive Begleitmaterial nutzen, das es für jede Geschichte gibt. Abrufbar sind alle Geschichten kostenfrei auf www.onilo.de. Bist du neugierig geworden? Unter dem Link www.sdw.org slash vivo-materialien kannst du direkt auf den Vivo-Baukasten zugreifen. Viel Spaß beim Stöbern! Untertitelung des ZDF, 2020